So, und da bin ich mal wieder. Und es geht weiter in Destiny 2 und diesmal in der Kampagne. Utopie. Begib dich in das Herz der Schar, um einen starken Prozessor aus dem goldenen Zeitalter zu empfinden. Und schaffe es dann noch lebendig wieder hinaus. Okay, dann machen wir das mal. Leider wissen wir nicht, wo sich dieses Netzwerk befinden könnte. Du musst also auf die Suche gehen, und zwar möglichst unbemerkt. Die Einnahme des Netzwerks könnte das Blatt im Krieg gegen die Rotlegion zu unseren Gunsten wenden. Doch ohne es. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ja, okay, äh, nein! Nein! Oh, 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 oh. Okay. And south. Scheint ganz so, als wollten die Gefallenen durch diese Platten brechen. Hört sich so an, als wäre das Betriebssystem der Arkologie wieder online. Ich wusste es. Du musst ein Betriebssystem-Zugangsterminal finden. So kannst du das Prozessor-Netzwerk finden. 34% der Titanbürger hoffen, dass der Reisende den Ozeanmond bald terraformieren wird. Das ist ein Betriebssystem-Zugangstermin. Das ist ein Betriebssystem-Zugangstermin. Das ist ein Betriebssystem-Zugangstermin. Und das ist ein Betriebssystem-Zugangstermin. Das ist ein Betriebssystem-Zugangstermin. Das war's für heute. Das ist die selbe Karte aufbührend. Und nach vorne. Wir sind jetzt definitiv in Schau-Territorium. In der Tat. Begrenzt den Funk auf ein Minimum. Wir wollen keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Schau-Territorium. 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 Ok? Okay. Wo bist du hin? Da oben. Was hat eigentlich da die Handkanade gebracht? Null qua null gar nichts, oder? Hm. 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 Clank Erinnert mich so ein bisschen an Horizon Cool, gell? Na, den Alarm hat die Schar ganz bestimmt gehört Wir haben den Prozessor, aber die gesamte Schar hat uns jetzt auf dem Radar Und bis zur Oberfläche ist es weit Bewegung, Hüter Sie werden es nicht daraus schaffen, Commander Hüter, schaffst du es zum Zentrum der Arkologie? Es sollte uns möglich sein, jemanden zu schicken, der dich abholt Holiday Ja, bin schon dabei Diese Straße führt zur Mitte der Arkologie Wir brauchen einen Ausweg, soweit wir dort sind Schnell mich grad an und dann flieg ich los Werd sofort da sein Sir? Flieg schnell Flieg sicher Yes, Sir Magni flieg oder Panzer Schaff 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 Die Schaff Schaff Mer Schaff 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab dich im Blick. Wir sehen uns am Ende der Straße. Gute Arbeit, ihr beide. Dann wollen wir diesen Prozessor mal übernehmen und die Übertragungen entziffern. Endlich sieht es wieder gut aus für uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Man nennt sie die Allmacht. Das Kronjuwel der Rotlegion und das Lebenswerk ihres Anführers. Dominus Ghaul. Ghaul hat hunderte von Welten unterworfen. Die, die sich zur Wehr setzten, gibt es nicht mehr. Es ist so, die Allmacht zerstört Sterne. Nichts und niemand überlebt Ghauls Ehrgeiz. Was er will, ist der Reisende und sein Licht. Was die Allmacht angeht, die ist nun auf unsere Sonne gerichtet. Kurz gesagt, Sir, der Krieg ist vorbei. Und wir haben verloren. Wir errichteten unser Heim unter dem Schutz des Reisenden. Als die Feinde angriffen, bauten wir eine Mauer, die Jahrhunderte stand. Mauern bedeuten nichts mehr. Der Feind nahm uns unsere Heimat und unser Licht. Und jetzt bedrohen sie unsere Existenz. Kümmern wir uns um diese Allmacht. Wann ist die Flotte kampfbereit? Zavala, warte! Wir haben keine Zeit. Nur ein gemeinsamer Angriff rettet unsere Heimat. Unser Licht, unsere Hoffnung. Das ist unsere Pflicht. Nun, ich brauche meinen Einsatztrupp. Ich brauche Ikora und Kate. Das ist Ole Miss переход. Jetzt berr word. Wir glauben wir haben, keinen Astverord pass meno. tener executives getauft cooperative.